Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Rumregatta in Flensburg, in meiner Heimatstadt. Hier am Hafen gibt es Schiffe zu gucken und Buben, wo man was essen kann und naja, allerhand, was man so erleben kann. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Übrigens hier beim Museumshafen bei Bens Fischhütte, da gibt es die allergeilsten Fischbrötchen, frisch gemacht auf die Hand. Entsprechend lang ist auch die Schlange, aber wenn ihr mal in Flensburg sein solltet, kommt auf jeden Fall hierher und genießt ein leckeres Fischbrötchen bei Bens Fischhütte. Kann man auch ganz viel mitmachen und ausprobieren. Oh, das leckere Faschenblüt gibt es ja auch. Die sind aber auch hübsch. Porzellan, Keramik. Cool. Sehr cool. Handpuppen sind auch immer genial. Untertitelung im Auftrag des D Unsere gute alte Alexandra im Regen. Ah, was für ein herrliches typisches norddeutsches Wetter heute hier wieder. Mit Gesichtspeeling inklusive. Oh, 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 oh. Vielen Dank. Da kommt er gleich links. Wie gerufen kommt da Karls Eis. Da hinten. Ich habe das ja voll falsch gemacht. Die Höhle der Knoten rein. 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 Der ist aber hungrig. Die Höhle der Knoten rein. Die Höhle der Knoten rein. Die Brummregatta hier in Flensburg. Und heute ist auch leider schon wieder der letzte Tag. Ich hoffe trotzdem, ich habe euch einen kleinen Eindruck vermitteln können. Und ihr habt Spaß gehabt, dabei zu sein. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in einem anderen Video.